Aus Berlin zugeschaltet ist jetzt der außenwirtschaftliche Sprecher der AfD-Fraktion, Hans-Jörg Müller. Herr Müller, als einziges Mitglied Ihrer Fraktion haben Sie der linken Abgeordneten Sevim Dagdelen demonstrativ Beifall geklatscht. Weshalb? Also die Frage finde ich ja schon interessant, weil ich wüsste jetzt nicht, dass es in der Geschäftsordnung oder in der Ordnung der Fraktion einen Klatschzwang oder ein Klatschverbot geben würde. Sondern als ich ja noch nicht im Bundestag war, habe ich mich immer darüber aufgeregt, als normaler Bürger, dass man immer nur klatscht in allen Fraktionen, wenn die eigenen Leute was sagen. Und wenn aber Politiker aus anderen Fraktionen, die vielleicht was Sinnvolles sagen, dass dann immer nicht geklatscht wird. Also dieser ganze Parteienklüngel, den hatte ich ja schon da oben. Das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, um das zu ändern. Und ich lasse mich hier nicht vorschreiben, wann ich klatschen muss oder ich lasse auch nicht vorschreiben, wann ich nicht klatschen darf. Wenn jemand was Vernünftiges sagt aus einer anderen Fraktion und ich den Inhalt für gut befinde, dann klatsche ich. Und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht sich in unserer Fraktion auch andere Leute trauen würden. Nun ist es eine Frage, wer wem applaudieren darf und wer nicht. Doch wie stehen Sie inhaltlich zum Antrag der Linken? Er hat ja auch einen Grund, warum ich geklatscht habe für den Inhalt. Also ich meine, es gibt übrigens das hier. Ich meine, das sollte eigentlich verbindlich sein für jeden Funktionsträger der AfD, der unsere Partei, unsere Mitglieder in einem Parlament vertritt. Und da steht auch ganz klar drin, in Punkt 4, Punkt 2, dass die Mitgliedschaft in der NATO den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands dann entspricht, soweit sich die NATO auf ihre Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt. Das ist eine ganz klare Festlegung in unserem Grundsatzprogramm. Die NATO mag ja mal ein Verteidigungsbündnis gewesen sein bis 1989, da stelle ich ja gar nicht in Abrede. Aber die NATO hat sich ja inzwischen völlig geändert in ein globales, imperialistisches, auch wenn ich jetzt mal dieses Wort verwende, Herrschaftsinstrument von Amerikas Gnaden, wo dann die Vasallenstaaten, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, dann nur noch ihre Aufgabe erfüllen dürfen. Das heißt, wir sagen, die NATO ist dann im Interesse Deutschlands, wenn sie ein Verteidigungsbündnis ist. Und das ist ja faktisch nicht mehr, das weiß doch auch jeder. Und deswegen haben wir auch als weiteren Punkt, alles kann man im Kapitel 4.2 unseres Grundsatzprogramms nachlesen, ja auch stehen, dass sich die AfD für den Abzug aller auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere ihrer Atomwaffen einsetzt. Und das war genau der Antrag der Linken. Das heißt, die Linken haben einen Antrag gebracht, der hier in diesem Punkt genau auch dem Grundsatzprogramm der AfD entspricht. Dann muss ich klatschen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich alle anderen aus der AfD-Fraktion nicht geklatscht haben. Nur weil die Linken etwas sagen, was wir auch sagen. Sie halten die ganze Zeit Ihr Parteiprogramm in die Kamera. Von einem NATO-Austritt Deutschlands steht jedoch nichts drin. Genau, das sage ich ja auch. Wir haben im Parteiprogramm stehen, dass wir für den Verbleib in der NATO sind, in einem NATO-Verteidigungsbündnis. Das ist ja genau die Krux an der Geschichte. Wenn die NATO wieder ein Verteidigungsbündnis werden würde, was sie bis 1989 war, dann ist das ja auch so in unserem Parteiprogramm klar geregelt. Aber die Art und Weise, wie die NATO umfunktioniert wurde nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, dass sie eben nichts mehr verteidigt, sondern eigentlich nur ein Erfüllungsbündnis geworden ist für den amerikanischen Hegemonialanspruch über die ganze Welt, stelle ich doch nur eine Frage. Ich stelle dir doch nur die Frage, ob wir dann noch die Geschäftsgrundlage haben. Die Geschäftsgrundlage für diesen Parteitagsbeschluss damals war gewesen, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Und wenn man nicht völlig blind durch die Welt läuft, dann sieht man aber, dass sie eben nicht mehr verteidigt, sondern eigentlich nur noch ein Erfüllungsbündnis ist für den amerikanischen Hegemonialanspruch über die ganze Welt. Und ich stelle nur eine Frage, ist diese Geschäftsgrundlage noch gegeben oder ist sie vielleicht weggefallen? Und diese Frage würde ich mir wünschen, wenn unsere Parteigremien offen diskutieren, offen und ohne Scheuklappen. Das sollten wir, denke ich, mal offen diskutieren dürfen. Und insofern befinde ich mich auch hier auf dem Boden des Parteiprogramms der Alternative für Deutschland.